Unsere Regierung will, dass wir wieder kriegstüchtig werden. Darauf lassen nicht nur die Äußerungen von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius schließen, sondern auch die Planungen, also die großen geostrategischen Planungen, die von bestimmten Thinktanks wie der DGAP gerade stattfinden. Albrecht Müller hat zu diesem Thema in den Nachdenkseiten einen Kommentar veröffentlicht, den wir uns jetzt anhören werden. Kriegstüchtig werden statt Wandel durch Annäherung Ein Artikel von Albrecht Müller Das Heute-Journal war gestern elf Minuten lang. Zwischen Minute 6.17 und 17.42 und auch danach noch nackte Propaganda für Aufrüstung und Kriegstüchtigkeit. Die Sendung ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Kern dieser Sendung war ein Interview mit dem amtierenden Bundesminister für das Militär, Boris Pistorius, angereichert mit Kommentaren des Militärhistorikers Sönke Neitzel. Weil an der Sendung gut zu erkennen ist, wie heruntergekommen wichtige Medien und unsere Debatte um Krieg und Frieden inzwischen sind, empfiehlt es sich, dieses Stück anzusehen. Am besten sie laden Freunde und Familie dazu ein, um darüber dann auch gemeinsam zu sprechen. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf eine gravierende sicherheitspolitische Veränderung, die schon in der Überschrift dieses Artikels sichtbar wird. Annäherung. Das war einmal. Jetzt sollen wir kriegstüchtig werden. So tönt Rüstungsminister Pistorius und so auch der CDU-Verteidigungsexperte Kiesewetter. Sie behaupten, Russland habe auf Kriegswirtschaft umgestellt. Wir müssten mit unserer Aufrüstung Tempo machen. So auch der sogenannte Experte Neitzel. Pistorius behauptet, Als Historiker, okay, ich habe jetzt seine historischen Arbeiten nie groß gelesen. Ich hatte ihn halt nur immer in so Geschichtsdokumentationen zum Zweiten Weltkrieg gesehen. Da fand ich das, was er da eigentlich gar nicht so unsinnig. Aber ist wahrscheinlich häufiger so, dass er ein Historiker zu vergangenen Themen sprechen hört, wo schon mehr Abstand ist und wo weniger aktuelle Berichterstattung drin ist, dass die sich dann differenzierter äußern. Das ist das aktuelle DGAP-Szenario. Da hatte ich auch auf meinem Erstkanal schon ein Video zu gemacht. Also Russland droht die NATO anzugreifen. Deswegen müssen wir jetzt mindestens zwei Prozent unseres BIPs fürs Militär ausgeben, damit Russland von so einem Angriff abgeschreckt wird. Also es ist auch komisch, wie Kriegspropaganda manchmal funktioniert. Einerseits ist Russland so schwach, dass die kleine Ukraine, die wesentlich weniger Soldaten hat, die sie im Zweifelsfall an der Front verheizen kann, es schaffen kann, gegen Russland zu gewinnen. Und andererseits ist Russland so stark, dass die gesamte NATO jetzt eine riesige Kriegswirtschaft initiieren muss. Also diese zwei Narrative, die passen irgendwie nicht zusammen. ...vorbereiten. Wir beschaffen im großen Stil Rüstungsgüter. Über 73 Milliarden insgesamt für Rüstung. Das ist der bisher höchste Betrag. Wir geben richtig Gas. Wenn man sich diese Sprüche nacheinander anhört, dann denkt man, das sei Satire. Und man gewinnt den Eindruck, wir seien wieder in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts angekommen. Damals tobte der sogenannte Kalte Krieg. Die Russen und der gesamte Osten wurden in der gängigen Propaganda verbal und optisch als Feinde und Barbaren dargestellt. Die Konfrontation zwischen West und Ost wurde dann in Anführungszeichen gekrönt vom Mauerbau am 13. August 1961. Schon vorher hatten in einigen Zirkeln westdeutscher Politiker namentlich im Umfeld von Willy Brandt das Nachdenken über Sinn und Gefahr dieser Konfrontation begonnen. Der Mauerbau beförderte dieses Nachdenken. Nach außen erkennbar wurde nicht nur Willy Brandt, also auch schon die FDP und die SPD zu Adenauers Zeiten waren ja für eine deutsche Neutralität. Also sie waren dafür, dass Deutschland eben nicht diese Politik und auch nicht in die NATO eintritt, sondern dass sie die sowjetischen Verhandlungsangebote hin zu einer deutschen Wiedervereinigung annimmt. Wir hätten die deutsche Wiedervereinigung vier Jahrzehnte früher haben können, wenn FDP und SPD sich damals durchgesetzt hätten. Er führte dies dann besonders gut bei einer Tagung der Evangelischen Akademie in Tutzing am Starnberger See im Juli 1963. Dort trat Willy Brandt und sein damaliger Pressesprecher Egon Bahr auf. Egon Bahr führte in seiner Rede das Motto der Neuen Strategie ein. Ihr Kern Wandel durch Annäherung. Die Rede ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Übrigens, der Zufall will es, dass diese Rede für kommenden Samstag als ein weiteres Element unserer Serie alter, interessanter Dokumente vorgesehen ist. Und dabei bleibt es auch. Der damalige regierende Bürgermeister und sein Pressesprecher setzten darauf, dass der Abbau der Konfrontation zum einen die Welt sicherer macht und zum anderen zu einem Wandel im Inneren in den Staaten und Völkern östlich des eisernen Vorhangs führen würde, also in der UdSSR, in der DDR, in Polen, Rumänien, Ungarn und so weiter. Das war richtig kalkuliert. Der Abbau der Konfrontation in Europa und die 1989 gefundene Lösung der Zusammenarbeit zwischen West und Ost ist aus meiner Sicht sehr viel mehr der 1963 begonnenen Verständigungspolitik zu verdanken als der Nachrüstung in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und die Moral von der Geschichte? Es ist an der Zeit Ich habe ja gerade geschriebene Geschichte in meinem Chat. Was sagst du eigentlich dazu? Zu diesem Urteil hier gerade, dass die Wiedervereinigung und die Annäherung zwischen Ost-West sehr viel mehr der Entspannungspolitik aus den 70ern zu verdanken ist als der Aufrüstung in den 80ern. An der Zeit zur Strategie Wandel durch Annäherung zurückzufinden Quellenangaben und Weiterführen Das war ein schöner Kommentar, finde ich. Also, wie gesagt, Nachdenkseiten immer zu empfehlen. Guter Kanal beziehungsweise gutes Medium ist ja eine sozialdemokratische Internetzeitung. Ja, schaut da gerne mal vorbei. So.